Wir, da wir, wir kommen, gut und gesaat, komm zum Mahnenslieben, sprich dir Geist und traut, den mit Himmel dürsten, der die Werke traut, wir, da wir, wir kommen, gut und mit dies zu kommen, führst du dich zu mir, Jesus durch der Postel rufet, komm zu mir, offen steht die Türe, alles ist für euch, wer, da wir, wir kommen, gut und mit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Seniorinnen und Senioren, liebe Glaubensgeschwister, herzlich willkommen zum Senioren-Podcast Nummer 48 der Neuapistolischen Kirche Pforzheim. Vor wenigen Tagen erlebten wir den Gottesdienst unseres Stammapostels zu Pfingsten aus Zürich. Unser Bezirksseniorenbeauftragter, Hirte im Ruhestand, Norman Demzinger, hat diesen einmal wieder für uns zusammengefasst. Die Aussagen des Stammapostels waren so vielfältig und umfassend, dass wir die Wiedergabe in zwei Teile mit Musikeinlage unterteilen. Zunächst allerdings hören wir das Grußwort von Priester im Ruhestand Dietmar Wedel. Er stellt uns für unsere Podcasts fast von Anfang an die Musik zur Verfügung. Wie er zu diesen Aufnahmen kam und kommt, schildert er uns in seinem ausführlichen Bericht. Ohne seine vielen Musikstücke hätten wir keine 48 Podcasts produzieren können. Schließlich müssen wir bei der YouTube-Sendung Eigentumsrechte beachten. Priester Wedel erteilte uns bereits vor einem Jahr diese Genehmigung. Dafür darf ich mich hier und heute sicher auch in eurem Namen sehr herzlich bei ihm bedanken. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, liebe Geschwister, vom Bruder Müller wurde ich angeschrieben, ob ich mir vorstellen könnte, einmal ein Grußwort an die Senioren des Bezirks Pforzheim zu verfassen und einzusprechen und einmal über meine Musikarbeit zu berichten. Diesen Wunsch komme ich jetzt gerne nach. Mein Name ist Dietmar Wedel, euch vielleicht bekannt durch den YouTube-Kanal, den ich seit Dezember 2018 betreibe. Ich bin Priester im Ruhestand und glücklich seit 1972 verheiratet und wohne in Bürstadt, Südhessen, ganz am nördlichen Rand unseres Bezirksapostelbezirks Süddeutschland, im Bezirk Mannheim-Weinheim. Mit der Musik kam ich relativ früh in Berührung, da ich schon als Kind gerne gesungen habe und ich deshalb schon im Schulchor mitsang. Nach meiner Konfirmation habe ich dann in den verschiedenen Chören, Jugendchor, Bezirksmännerchor, Bezirkschor, Gemeindekor, als Tenorsänger immer mitgesungen. Von Beruf bin ich Elektrotechniker und ab 1979 war ich mit einer Offset-Druckerei selbstständig. Nun beschäftigt so manchem unter euch bestimmt die Frage, wie ich zu den vielen schönen Musikaufnahmen gekommen bin. Um die Zeit unserer Hochzeit hatte ich einen guten Freund und dieser war vom Beruf Tontechniker und er hatte schon so manche schöne Tonaufnahmen gemacht. Er fragte mich damals, ob ich mit ihm Tonaufnahmen machen wollte, denn ich wäre doch ein Techniker und hätte auch Musikverständnis und ein gutes Gehör. Aufgrund dessen kaufte ich mir damals dann ein Revox-Tonbandgerät, Mikrofone und Kopfhörer, um auch wirklich tolle Aufnahmen machen zu können. Hochwertige Mischpulte und andere Geräte hatte mein Freund ja schon. Wir beide zusammen hatten vom Bezirksapostel Wintermantel und später auch vom Bezirksapostel Sauer die Genehmigung in Jugendtagen Heidelberg, Offenburg, Freiburg Tonaufnahmen zu machen. In dieser Zeit haben wir auch zusammen viele Tonaufnahmen von Chorproben und Konzerte der Bezirke Heidelberg-Ost, Heidelberg-West, Mannheim und Weinheim gemacht. Es war damals schon recht viel Arbeit, neben der beruflichen und kirchlichen Tätigkeit. Dazu haben wir nächteweise zusammengesessen, haben Masterbänder geschnitten und haben für die großen Hallen Mikrofonstecker und Kabel auf Kabeltrommel zusammengelötet und dann auch noch Kassetten eins zu eins vervielfältigt, die wir am Mitwirkenden der Chöre und Orchester zum Selbstkostenpreis verkauften. Die Einleger der Kassetten habe ich damals auch noch selbst gestaltet und gedruckt. Mein Freund und ich waren schon am Planen, dass wir ein Tonstudio gemeinsam aufbauen, denn wir beide hatten recht viel Spaß bei der schönen gemeinsamen Arbeit. Doch dann kam es leider plötzlich ganz anders, denn mein Freund verstarb mit nur 33 Jahren an einem Herzinfarkt. Meine Frau und die Frau meines Freundes und ich hatten dann noch etwa vier bis fünf Jahre weitere Tonaufnahmen gemacht. Mit der Zeit hatte sich bei mir viel bespielte Tonbänder angesammelt. Jetzt in meinem Rentendasein habe ich mir die alten Tonbänder wieder angehört und habe festgestellt, dass mit der Zeit die Tonqualität der Bänder leidet und auch das Tonbandgerät in die Jahre kam und bald restauriert werden müsste. Ich habe dann auch die Tonköpfe gereinigt, um eine wieder gute Tonqualität zu bekommen. Und dann fasste ich im Dezember 2018 den Entschluss, die Bänder zu digitalisieren. Für mich alleine wäre die Digitalisierungsarbeit viel zu zeitintensiv und hätte dann kaum einen Nutzen. Dann kam auch noch die Frage auf, wie ich die Aufnahmen veröffentlichen kann. Denn auf YouTube kann man ja nur Videos hochladen. Da kam mir die Idee, die Tonaufnahmen mit meinen eigenen Fotografien, die ja auch kaum jemand gesehen hat, zu hinterlegen und somit ein Video, das dann auch hochgeladen werden kann, zu erstellen. Die nächste Frage war, ob überhaupt die alten Liedaufnahmen von den Geschwistern gerne gehört werden. Deshalb testete ich, ob ich mit diesen alten Aufnahmen Geschwister erfreuen kann und habe die ersten Digitalisierungen in NRK-Facebook-Gruppen und auf YouTube veröffentlicht. Ich habe dann festgestellt, dass so nach und nach immer mehr Geschwister auf meine Musikaufnahmen aufmerksam wurden. Doch ganz am Anfang der Digitalisierungsphase war auch noch der Böse aufmerksam, denn er merkte, dass sich da etwas für die Geschwister Wohltuendes entwickeln könnte. Das wollte er unbedingt verhindern. Und am 1. Januar 2019 hatten wir in unserem Haus im oberen Stockwerk einen Wasserrohrbruch. Das Wasser ergoss sich auch an meinem Musikstudio vorbei bis in den Keller. Zum Glück hatte es dabei nur meinen Kopfhörer erwischt und nicht meinen Computer und anderes Equipment, das ich für die Produktion benötigte. Denn ich war nicht für solch einen Wasserrohrbruch versichert und ich hätte mir keine neuen Geräte anschauen können mit meiner kleinen Rente. Aber das Zimmer mussten wir danach renovieren. Eine innere Stimme sagte zu mir, Thigmar, gib nicht auf, mache einfach mit der Digitalisierung und den Aufnahmen weiter. Schon in der Anfangsphase habe ich von vielen Geschwistern positive Rückmeldungen bekommen, das mich bis heute motiviert hat, weiterzumachen. Ich glaube, es war auch gottgelenkt. Denn ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass eine Corona-Pandemie kommt und es in den Gottesdiensten nicht mehr möglich war oder ist, in Chören und in der Gemeinde gemeinsam zu singen. Das vermissen heute viele, viele Geschwister. Und deshalb sind sie so dankbar, dass solche alten Aufnahmen zum Mitsingen im Internet angeboten werden. Ich bekomme jetzt auch viele alte Aufnahmen von den Geschwistern zugesandt, wie zum Beispiel die Trompeten-Solos oder Posaunenchöre von Pforzheim durch Manfred Rivard oder Schul- und Bezirkschöre aus Berlin, Leipzig und Dresden usw. Mir macht es auch Spaß, im Studio alte Noten, zum Beispiel von der alten Berliner Mappe, neu zu vertonen. Da kommt so manch schöne Melodie wieder zur Geltung. Mittlerweile habe ich über 840 Lieder auf YouTube gepostet, also im Schnitt fast ein Video pro Tag und dabei etwa 4000 Bilder für die Videos verwendet. Während der Pandemiezeit wurden die Musikstücke so circa 1,4 Millionen Mal aufgerufen und insgesamt 60.000 Stunden angehört. Die Pandemie hat uns ganz deutlich gezeigt, dass der Gesang im Chor oder in der Gemeinde, was vorher so selbstverständlich war und kaum noch bewusst wahrgenommen wurde, auf einmal in den Gottesdiensten als Rahmen fehlt. Ja, man sehnt sich auf einmal wieder nach dem Miteinander singen und musizieren zu dürfen und nach der Gemeinschaft. Wie hat der Stammapostel fair aber auch gesagt, alles ist Gnade und ohne Gnade ist alles nichts. Wer da will, wir kommen, wird für sein Ort, wer es gerade wird, ja, sieh nicht hier und dort, denn zu meiner Stimme diese Gnade und, wer da will, wir kommen, Gott. Gnade und Gnade und Gnade und Gnade und Gnade. Unser Stammapostel hielt den Gottesdienst am Pfingstsonntag 23. Mai in der Kirche in Zürich-Seebach. Hier eine Zusammenfassung dieses Gottesdienstes. Textwort Römer 8, Vers 14 Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nach der Lesung aus Joel 3, die Verse 1 und 2 und aus Epheser 3, die Verse 14 bis 21, sagte der Stammapostel. Wir können auch dieses Pfingstfest nicht in der gewohnten Art und Weise feiern. In dem letzten Jahr sind so viele Dinge geschehen in der Welt, in der Kirche und in unserem persönlichen Umfeld, die wir uns nicht erklären können. Wir fragen uns manchmal, warum erlaubt Gott das? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir können Gott nicht verstehen. Wir müssen ihm vertrauen, weil wir ihn kennen. Wie es in der Bibellesung heißt, dem, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen. Das ist unser Glaube und unsere Überzeugung. Ihm ist es möglich, alles zu tun. Er hat keine Grenzen. Und seine Liebe ist mächtiger, als wir uns das vorstellen können. Wir können seine Liebe erleben durch seine Kraft, die in uns wirkt. An Pfingsten hat der Heilige Geist seine Kraft auf beeindruckende Weise gezeigt. Die Menschen hörten das Rauschen eines Sturms und sie sahen Feuerzungen. Den Jüngern war es möglich, in anderen Sprachen zu sprechen. Das waren Zeichen von göttlicher Kraft, um den Menschen zu zeigen, der Heilige Geist ist da und er wirkt. Aber der Heilige Geist wirkt dann in den Herzen und Seelen derer, die ihn empfangen hatten. Das ist die Weise, in der er in uns wirkt. Er wirkt das Heil in uns. Wenn der Heilige Geist in uns arbeitet, verändert sich unser Verhalten. Er reinigt und heiligt uns. Dieses reinigende Wirken sehen wir nicht. Das kann nur Gott sehen. Aber wir können ihm vertrauen, dass er diese Reinigung in uns vollbringt. Manche Menschen sagen, ich komme mit der Idee, dass der Heilige Geist in uns heil bereitet, nicht zurecht. Ihr sagt, das Leben ist nur Leiden und die Erde ist ein Teil der Tränen. Deshalb gehen die Menschen in die Kirche, um diesem Tal der Tränen zu entkommen. Andere sagen, ihr sagt den Menschen, sie sind so schlecht. Dafür müssen sie bestraft werden und um diese Strafe nicht zu erhalten, müssen sie glauben. Liebe Geschwister, das ist nicht unsere Vorstellung vom Heil. Wir sehnen uns nach einem anderen Heil. Christus ist unsere Zukunft. Unser Heil ist, dass wir in die neue Kreatur in Christo hineinwachsen. Wir möchten wie er werden. Das ist das Heil, auf das wir warten. Jesus war ohne Sünde. Er hatte immer Frieden in seinem Herzen. Er hat alles überwunden ohne Gewalt. Er war in der Lage, auf perfekte Art zu lieben. Das ist unser Ziel. Wir möchten in sein Wesen hinein verwandelt werden, dass auch wir auf vollkommene Art lieben können. Wir wollen das Böse überwinden ohne Gewalt und einen vollkommenen Frieden im Herzen haben. Das ist die Arbeit, die durch den Heiligen Geist geschieht. Er arbeitet in uns, um uns in dieses Wesen hineinzuführen. Der Heilige Geist ist ein Schöpfer der neuen Kreatur. Durch die Taufe und die Hinnahme des Heiligen Geistes wurden wir wiedergeboren in eine neue Kreatur. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Er schuf etwas völlig Neues in uns. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft. Durch seine Gaben haben wir die Befähigung, so zu werden wie Jesus Christus. Durch diese Kraft können wir verwandelt werden. Die Gabe Heiligen Geistes ist die Garantie, du kannst es schaffen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Kraft, die er aber auf sanfte Weise benutzt. Er zwingt uns nicht. Er möchte uns aber führen und leiten. Er sagt uns, tue dies und tue jenes nicht. Aber er zwingt uns nicht. Er gibt uns Hinweise. Er leitet und führt uns. Der Heilige Geist ist auch ein Geist der Bewegung. Er möchte, dass wir uns nach vorne bewegen. Er zwingt uns nicht, aber er motiviert uns dazu. Er offenbart uns die Herrlichkeit Jesu Christi und die Liebe Gottes. Er schafft in uns den Wunsch, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Er regt uns an, in Bewegung zu kommen. Geh nach vorne. Er sagt uns, du musst dich verändern. Halte nicht an. Du musst es besser machen. Aber du bist in der Lage dazu. Du musst Jesus noch näher kommen. Bleib nicht stehen. Du schaffst es. Der Heilige Geist ist ein Geist der Schöpfung, ein Geist der Kraft und ein Geist der Bewegung. Erlauben wir es ihm, uns zu führen und zu leiten. Wenn wir tun, was er uns sagt, können wir so werden wie Jesus. Daran ist kein Zweifel. Der Heilige Geist ist der Schöpfer der neuen Kreatur in uns. Der Heilige Geist erschafft Dinge aus dem Nichts, ganz Neues, vorher Unbekanntes. Das entzieht sich dem menschlichen Verstand. Der Heilige Geist schafft etwas völlig Neues, die Braut Christi. Er hat die Kirche errichtet und möchte sie zur Vollendung führen. Alle, die ins Reich Christi eingehen werden, werden sein wie Jesus Christus. Wenn wir das mit dem Verstand betrachten, denken wir, das kann nicht sein. Das ist ein Traum. Die Kirche und ihre Mitglieder sind unvollkommen. Vertrau dem Schöpfer, dem Heiligen Geist. Er wird es machen. Wenn wir uns von ihm führen lassen, können wir sogar zu dieser Schöpfung beitragen. Können wir alle Unterschiede überwinden. Wir können vergeben und versöhnt sein. Wir können dann die Schwachen und die Starken integrieren und einander lieben und einander dienen. Fürchtet euch nicht, wenn das noch nicht so weit ist. Der Herr wird seine Kirche vollenden. Du kannst dazu beitragen, diese Kirche mit aufzubauen, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wir können dann die Kirche mit aufzubauen, wie es dem Willen Gottes entspricht. Wir können dann die Kirche mit aufzubauen, wie es dem Willen Gottes entspricht. Der Heilige Geist kann ganz neue Dinge schaffen. In den letzten Monaten sind viele Dinge passiert. Das Leben vieler Geschwister hat sich völlig verändert. Da sind Geliebte in die Ewigkeit gezogen. Es kamen ganz unerwartete Veränderungen. Man befindet sich in einer ganz neuen Situation, auf die man nicht vorbereitet war. Man fühlt sich verloren. Vertraue der Kraft des Heiligen Geistes. Er wird den Weg bereiten, auf dem du getröstet und gestärkt wirst. Er wird Wege finden, dass du Frieden, Kraft und Freude empfangen kannst. Diese Situationen hindern ihn nicht, für dich Wege zu finden, dass du in die neue Kreatur hineinwachsen kannst. Vertraue dem Heiligen Geist. Er wird es machen. Es gibt auch Geschwister, die in extrem schwierigen Situationen leben und an deren Situation sich nichts verändern will. Sie sind Gewalt und Verbrechen ausgesetzt. Sie sehnen sich nach mehr Frieden, nach mehr Sicherheit. Und nichts hat sich verändert. Ich rufe euch zu, vertraut der Kraft des Heiligen Geistes. Er ist nicht begrenzt in seinem Wirken. Selbst in dieser schrecklichen Situation, selbst wenn sich nichts verändert, er kann dich erretten. Er kann dir einen Weg schaffen, wo du Frieden findest. Gestatte ihm, dich zu trösten. Andere hoffen auf eine Veränderung der Kirche. Sie hoffen auf eine schöne Kirche mit vier Wänden, einem Dach und Bänken und ein paar Instrumente, mit denen man Musik machen kann. Sie warten Jahre und nichts hat sich verändert. Ich weiß, dass es Jahrzehnte dauern wird, bis all diese Geschwister ein einfaches Kirchengebäude haben werden. Wenn überhaupt. Viele sind enttäuscht. Wir als Kirche tun unser Bestes, aber wir müssen realistisch sein. Es braucht Zeit. Aber vergesst nicht, das Wirken des Heiligen Geistes ist nicht begrenzt. Er kann die Braut Christi auch zubereiten unter einem Baum. Lass dich leiden vom Heiligen Geist. Er wird dir Freude schenken, Frieden und Heil. In anderen Ländern haben wir ein ganz anderes Problem. Wir hatten viele Gemeinden und viele Mitglieder und meinten, das Wachstum geht immer so weiter. Die Realität sieht ganz anders aus. Und dann schauen wir zurück. Wie viele Gemeinden wir hatten und sind traurig. Ich möchte allen sagen, die unter dieser Situation leiden, ich kenne euren Schmerz. Lassen wir uns vom Heiligen Geist inspirieren. Er regt uns an, weiterzugehen. Vertraue dem Schöpfer. Er wird dafür sorgen, dass wir Freude haben und Frieden. Er wird sein Werk vollenden. Der Heilige Geist schafft Neues. Aber er ist eins mit dem Vater und dem Sohn. Er arbeitet in dem Rahmen, der von Jesus Christus gegeben ist. Im Evangelium, im Apostolat Jesu Christi. Lassen wir uns von diesem Geist führen. Er führt uns zur Vollkommenheit. Wir können zur Vollendung beitragen, indem wir von dem Wirken des Heiligen Geistes sprechen. Wir können nicht nur mit Christen über Jesus sprechen. Die ersten Christen verkündeten das Evangelium an die Heiden und die Juden. Diese hatten eine ganz andere Vorstellung von Heil. Wir können das Gleiche tun. Wir können mit Menschen über das Evangelium sprechen, die überhaupt nicht an Gott glauben oder eine ganz andere Religion haben. Erlaube dem Heiligen, geistig zu leiden. Mach einfach. Lasst uns den Mut haben, allen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Das ist die Botschaft dieses Pfingstfestes. In das Wesen Jesu hineinwachsen. Der Heilige Geist will uns verwandeln. Lassen wir uns von ihm leiten. Er wird immer einen Weg finden, uns Freude, Frieden und Heil zu schaffen. Soweit die Zusammenfassung des Gottesdienstes. Er wird immer ein Weg finden, uns Freude, Frieden und Heil. Er wird immer ein Weg finden, uns Freude, Frieden und Heil zu schaffen. Im Rahmen unserer Katechismuskunde beschäftigen wir uns heute mit dem vierten Glaubensartikel. Er lautet. Ich glaube, dass der Herr Jesus seine Kirche regiert und dazu seine Apostel gesandt hat und noch sendet, bis zu seinem Wiederkommen mit dem Auftrag, zu lehren, in seinem Namen Sünden zu vergeben und mit Wasser und Heiligem Geist zu taufen. Darüber ist im Katechismus Folgendes zu lesen. Der vierte Glaubensartikel spezifiziert den Glauben an die Kirche, von dem schon im dritten Artikel die Rede ist. Es geht in diesem Artikel zunächst um die Regentschaft Jesu Christi. Er ist es, der seine Kirche regiert. Denn er ist das Haupt des Leibes. Wie in Kolosser 1, Vers 18 beschrieben. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Diese Regentschaft findet unter anderem ihren Ausdruck in der Sendung der Apostel. Jesus erteilte folgenden Missionsbefehl. Siehe auch Matthäus 28, Vers 19 und 20. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Damit wird deutlich, dass Evangeliumsverkündigung und Sakramenzspendung mit dem Apostolat ursächlich verbunden sind. Hier wird die Apostolizität von Kirche, von der im dritten Glaubensartikel schon grundsätzlich die Rede ist, noch einmal aufgenommen und in das konkrete Gefüge von Kirche innerhalb ihrer geschichtlichen Erfahrbarkeit gestellt. Das Apostelamt ist innerhalb der Geschichte nicht auf die Epoche der Urkirche begrenzt. Es soll seine Aufgabe bis zu Jesu Wiederkommen erfüllen. Was Jesus Christus durch seine Apostel wirkt und was für jeden Glaubenden erfahrbar ist, wird in den Worten beschrieben. Zu lehren, in seinem Namen Sünden zu vergeben und mit Wasser und Heiligem Geist zu taufen. Der Auftrag zu lehren betrifft die rechte Verkündigung des Evangeliums von Tod, Auferstehung und Wiederkunft des Herrn. Innerhalb Johannes 20, Vers 23 ist zu lesen. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Eine weitere Aufgabe des Apostolats ist es also, die Sündenvergebung aus dem Opfer und Verdienst Jesu Christi dem Menschen verbindlich zuzusprechen. Zum Abschluss des vierten Glaubensartikels wird auf die Sakramente Heilige Wassertaufe und Heilige Versiegelung Bezug genommen. Das Apostolat hat die Aufgabe, mit Wasser und Heiligem Geist zu taufen, also jene Sakramentspendungen zu vollziehen, durch die das neue Sein vor Gott möglich wird. Jesus Christi dem Menschen verbindlich zu Jesus Christi dem Menschen verbindlich zu Priester Wedel betet jetzt mit uns. Lieber himmlischer Vater, wir kommen jetzt in diesem Zuhörerkreis wieder vor dein Angesicht. Möchten dir zuerst einmal wieder danken. Danken, dass du uns lieb hast. Wir sind dir dankbar, dass du uns aus Gnaden immer wieder beistehst, jeden Tag aufs Neu. Wir sind dir dankbar, deine Kinder sein zu dürfen, aus Gnaden. Und so schenke, dass du unser Vater bist und auch so wie ein Vater uns immer wieder längst führst und leitest. Wir möchten dir danken, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, der für uns sich hingegeben hat, damit wir immer wieder freigemacht werden und erlöst werden von unseren Sünden. Wir sind noch sündige Menschen. Das wissen wir sehr wohl. Und dann möchten wir auch dir danken, dass du immer wieder neu uns Gnade schenkst. So schenke uns nun viel Frieden in unser Herz. Gib, dass dein Geist in uns wieder lebendig ist, damit wir immer wieder neu erleben dürfen. Du bist bei uns alle Tage, so wie es dein Sohn uns gesagt hat. Und dann schenke, dass auch dein Geist immer uns die rechten Impulse gibt, damit wir zur rechten Zeit das Richtige tun, das Richtige reden und schreiben und stehe zu all unserem Tun mit dem richtigen Handeln bei. Wir denken an all diejenigen, gerade jetzt auch unter den Zuhörern, die krank zu Hause sind, krank dann wieder liegen. Die so manche Sorgen haben, Nöte, Bedrängnisse. Ach, hilf, wo du helfen kannst und willst. Wir wissen, dass bei dir alles möglich ist. Und so möchtest du uns auch da immer wieder Mut geben, Mut zusprechen, damit wir zur mancher Krise auch immer wieder neu bewältigen können. So lassen wir dich nicht, weil du uns segnen kannst. Wir denken auch an all diejenigen, die durch die Pandemie betroffen sind. Auch weltweit. Du weißt auch ganz besonders jetzt um diejenigen in Indien, die so schwer betroffen sind. Wo viele jetzt auch verstorben sind und ja auch mit dem Tode ringen. Da schenke auch ganz besonders durch deine Gnade. Lass auch da die Menschen erleben, dass du auch da ihnen nahestehen kannst. So begleite uns nun auf all unseren Wegen. Wir möchten Verbindung aufnehmen mit unseren Segensträgern. So lass auch da aus dieser Verbindung uns immer wieder neu Segen zuteil werden. Ein Wunsch haben wir noch. Das ist, dass du deinen Sohn bald sendest. Und unser Wunsch ist es, Herr komme bald. Maranatha, unser Herr kommt. Das war immer wieder in der ersten Christenmenge der Gruß, den sie sich zugesprochen haben. Und so möchten wir auch immer wieder daran denken. Herr komme bald. Und dann nimm uns in Gnaden an. So schenke uns nun deinen Frieden. Und höre dies jetzt in Jesu Namen an. Gott ist mein Vater, er hat mich gern. Hier sind die Bekanntgaben vom heutigen Dienstag, den 1. Juni 2021. Aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Inzidenzzahlen können wieder in allen Gemeinden des Bezirks sowohl Wochen- wie auch Sonntagsgottesdienste stattfinden. Zudem haben alle Interessierten die Möglichkeit, einen Videogottesdienst per YouTube oder per Telefon zu empfangen. Unser nächster Podcast Nummer 49 wird ab Dienstag, den 15. Juni 2021 abrufbar sein. Bitte sag ich jeden Tag, bitte lieber Gott. Bitte was auch kommen darf, gib mir aus der Not. Gott ist mein Vater, er hat mich gern. Gott ist mein Vater, ihn glaub ich auch sehr lieb, wie meinen Herrn. Auch wenn meine Wege mal ganz gefährlich sind. Bitte liebe Gott mich fest, ich bin sein Kind. Bitte sag ich viel zu uns. Bitte lieb mal. Das war der Podcast Nummer 48 für die Senioren der Neuapostolischen Kirche im Bezirk Pforzheim. Es sprachen, Dietmar Wedel Bürstadt, Norman Denzinger Büchenbronn, Adrian Euchner Birkenfeld, Ulla und Wolfgang Müller beide Brötzingen. Musik mit freundlicher Genehmigung dem YouTube-Kanal Dietmar Wedel entnommen. Tonschnitt Friedhelm-Karater Bayernstraße Gesamtleitung Wolfgang Müller Ich bin sein Kind, danke will ich sagen, dass du bei mir bist. Öfter will ich fragen, was dein Willen ist. Ich bin sein Kind, ich bin sein Kind, ich bin sein Kind. Ich bin sein Kind, ich bin sein Kind.